Wie sie es sich gewünscht haben. Ich sagte bei einem Konzert, hier von unten müssen wir einen Zugang haben, da muss der Bürgermeister Einkäufe machen und dann einfach verschaffen, Grundstücke zu einem ankommen. Dann habe ich durch einen Grundstück einfach durch die Zufahrt gemacht. Angenommen, dass wir diese Grundstücke kaufen, Haus platt machen und Zufahrt zu den Gebieten schaffen können. Ja, ich habe das für abhängig gehalten. Ja, ich eigentlich auch, aber okay, das war Aussage. Und heute sie ruf mich an und sage, aber sie haben da sofort durch ein Haus gemacht. Ich sage, ja. Ja, dann müssten wir es einkaufen und platt machen. Ich sage, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Ich sage, ja, Frau Schmidtmann, wie wollen Sie da von unten ankommen? Wie? Ja, durch Garten. Denken Sie, jemand wird uns Garten verkaufen, dass wir die Straße durch seinen Garten bauen? Da wohnen bleiben. Ja, das geht nicht. Ich sage, alles ist da bebaut. Es gibt keinen Eingang. Es gibt keine Möglichkeit. Man kann auch nicht zwischen zwei Häusern und einfach einen Garten kaufen. Das reicht ja nicht. Nein, das reicht nicht. Da gibt es einen Fußgängerzugang, aber der ist zu klein. Da müssten wir noch von dem Garten abkaufen, um einfach für den Zufall, für den Terrassen rum, das war riesengroßer Verkehr. Ich finde einfach mal so ein bisschen abwegig, das ganze Gebiet auf diese Sache zu planen. Ja. Ohne zu wissen, ob es überhaupt klappt. Und das ist im Außenbereich und so weiter. Das ist für mich auch so eine Stabsidee, weißt du? Mhm. Eine andere Frage. Wenn wir einen Anleitungsbeschluss haben zur Erstellung des Bebauungsplans, ja? Was ist ein Beschluss? Einleitung. Anleitungsbeschluss. Was heißt das? Das haben wir nie gehört. Wie, wenn ihr Bebauungsplan erstellen wird, dann müsst ihr... Aufstellungsbeschluss. 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 Bei Aufstellungsbeschluss macht man Erortung, dem Gebiet umrandet. Sagen wir, zu diesem Gebiet brauchen wir 50 Quadratmeter, also der Geltungsbereich wird sich ändern. Müssen wir alte Verfahren stilllegen und ein neues Gebiet machen? Wir können das ändern.